Grüß euch, ich bin der Erich Rohm von Trachten, wo ich wohnen aus Geiselhöring. Heute will ich euch zeigen, wie man ein Hemd richtig aufgrümmelt. Weil ich immer wieder gefragt werde, wie geht denn das, wie macht man das? Es ist ganz einfach, wie man es weiß, wie mit allem. Man klangt unten, man macht es am besten, wenn man es jemand nicht anhat. Weil dann tut man sich leichter, weil am Arm, der Arm ist zu dick, da tut man sich dann überhaupt, wie man leer ist, schwer. Also man fährt in den Ärmel unten rein, macht das oben drüber und dann macht man es unten schieben gerade. So, und dann stülpt man es einmal um. Und das sollte man dann sicher ein bisschen spülen damit, dass das auch schön wird. So, und dann stülpt man es zweimal um. So, genau so schaut das aus. Sollte ungefähr zwei Zentimeter oben raus schauen, nicht zu viel, dass es dezent wirkt. Und schon ist der Ärmel perfekt. So, das war's wieder. Ich hoffe, ich habe euch wieder was zeigen können, was ihr noch nicht gewusst habt. Und wie immer, kommt bei uns selber vorbei. Wir beraten euch immer gerne. Und Servus!